ja guten morgen alle da draußen und herzlich willkommen auf meinem youtube kanal heute sind wir in der nähe von augsburg genauer gesagt bei kissingen am weitmannsee das ist der see da drüben und da befinden sich ein paar sehr sehr nette indeln und die werden wir jetzt mit dem copter unter dem ihr euch befindet mal ein bisschen umrunden schauen wir mal ob das funktioniert diese nacht ist grau und kalt und schwer sie hält mich fest und gibt mich nicht mehr her ich bin gefangen ich wach nicht auf und die letzten lichter gehen bald aus ich sehe mich fallen doch ich geb nicht auf denn ich liebe dieses leben ich liebe den moment in dem man fällt ich liebe dieses leben ich liebe diesen tag ich liebe diese welt ich liebe dieses leben ich liebe den moment in dem man fällt ich liebe dieses leben ich liebe diesen tag ich liebe diese nimm mir die kracht nimm mir das herz nimm mir alle hoffnung und alle schmerz aus meiner hand und gib sie nicht mehr her was soll das sein wo soll es hin wo soll es hin wo sind meine großen helden hin auch wenn wir gehen ich liebe dieses leben ich liebe dieses leben und ich liebe diesen tag ich liebe diese welt ich liebe dieses leben ich liebe den moment in dem man fällt ich liebe dieses leben und ich liebe diesen tag ich liebe diese ich liebe diesen tag und ich liebe diese Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich hoffe, dieser kleine Ausrug hat euch gefallen und es hat euch Spaß gemacht. Der Weidmannsee ist wirklich ein sehr, sehr schönes Naherholungsgebiet und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf meinem Kanal. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!